ich muss ich mach die musik aus mein headset ist so laut so so ja genau ich crafte mir schaufeln mit erde noch eine spitzhacke so hier ist das eisengeband machen wir eine rüstung oder erst eisensach werkzeug weiß ich nicht das wird hier so herr glas wollte ich das entscheide später hier so dann glas das wasser fließt zu sehr ich sollte mir so 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 unendlicher brunnen der nähe ist doch schön so pflanzen 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 egal genau acht ich habe natürlich keine ahnung wie lange ich schon aufnehmen und erst wird nacht zurück ins haus zurück ins haus zurück ins haus so jetzt weiß ich was mir was ich mir aus dem eisen mache ein schwert das restliche eisenbach nein ich lege es in die kiste ich lege es in die kiste das ist klüger so toll jetzt werde ich angeskypt einen kleinen moment bitte nein falsch so jetzt stört es nicht mehr das war sehr professionell von mir ich würde sagen gehen wir kämpfen das ist ein schwein ich brauche fleisch wie gesagt ich will fleisch ah spinne das ist ja auch mal ein bisschen spannender wo sind monster monster ich komme weg von meiner farm stirb da ist ein creeper ich kann natürlich zum creeper hin ganz viele kür haben man ist so eisenschwert stilette nicht in den jahren festhängen nirgendwo festhängen schnell aber hier kommt gleich ein krück um die ecke das weiß ich schon und auch nicht wir haben glück ich weiß nicht wie lange ich schon aufnehmen ich glaube schon ein bisschen ich sollte immer hier was neues zu essen rein sortieren so kann ich jetzt schlafen ja so wieso lege ich hier stöcker das lege ich mal ab das auch das auch sortieren ich mache immer zur sicherheit lederstiefel aus dem eisen mache ich mir werkzeug so so eisenspitzhacke eisenschöpfel und das recht noch für eine eisene axt so alter die zombies sortieren ich brauche ich bräuchte auf jeden fall noch mehr glas ich gehe und fange einfach mal schon mal an die umrüste zu ziehen ja herr v so ich das was eigentlich vier oder drei felder ich guck mal kurz nach ja es reicht vier felder so 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 wieso brauche ich das entgegen mit einer sensor ab so 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 ich setze den baum abholzen so 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 also lasse ich dann kugeln zeppeln geh weg das ist ja fast meine pflanzen zerträgten mach ich das am besten dass ich hier ankomme ich mache hier einfach eine tür so 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 und hier auch eine sonstens finde da werde ich definitiv mehr glas brauchen ein schaf interessiert mich nicht ich bin dann den part einfach mal hier bis zur nächsten folge von minecraft tschüss so so so